So, hallo meine Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder da seid zu einer weiteren Ausgabe von time2do.ch. Viele Dinge auf unserer Welt verändern sich. Manchmal nicht schnell, wie viele das wollen, manchmal zu langsam, viele wollen es schneller. Aber wo ist denn das Problem, dass wir alle in verschiedene Richtungen rennen, weil wir uns in der neuen Welt, in der Feinstofflichen nicht auskennen. Wir brauchen Menschen, die dort weiter sind und die gerne bereit sind, ihre Informationen an uns weiterzugeben, dass wir mit unserem freien Willen entscheiden können, will ich das annehmen, will ich das machen oder ist es nichts für mich. Und gerade das ist wichtig, Menschen in die Sendung zu bringen, die ihnen bei ihrem nächsten Schritt helfen können. So eine Frau habe ich mal wieder gefunden oder besser gesagt, sie hat mich gefunden und ich freue mich, dass sie heute da ist. Herzlich willkommen, Brigitte Maria Mayer. Irgendwie war mir eben ein Bäcker im Kopf. Ich weiß gar nicht, wie ich auf Bäcker komme. Hast du im Umfeld jemand, der Bäcker heißt? Nein. Der nah bei dir ist? Vielen Dank für die Einladung. Gerne, gerne. Es geht um das, und wenn man die Titel deiner Bücher sieht, dann geht es, dass etwas ganz, ganz, ganz Altes, was schon einmal da war, in Klammer, die fünfte Dimension war schon mal auf unserem Planeten, jetzt wieder dorthin zurückkehrt, aber unter neuen Voraussetzungen. Wer ist die Brigitte Maria Mayer und was macht sie? Die Brigitte Maria Mayer ist geboren in München. Sie ist Bayerin. Sie ist 53 Jahre alt und ich hatte einen sehr, sehr medialen Vater, der mir schon sehr früh diese Dinge gezeigt hat, der mir gezeigt hat, dass es einfach diese feinstoffliche Welt gibt. Der war ein sehr begnadeter Routengänger und für mich war schon immer klar, es gibt zwei verschiedene Welten. Und es war aber auch gar nicht so einfach, weil in der Zeit, ich bin 1970 geboren, habe ich dann verstanden, dass manche Leute das nicht sehen, was ich sehe. Und ich habe nicht diese Menschen in Frage gestellt, ich habe mich in Frage gestellt. Ich habe gedacht, mit mir stimmt etwas nicht und habe dieses Wissen gedeckelt. Und bin natürlich älter geworden, viele Lebenskrisen, viele Bewusstseinsschifts, viele Weckrufe bekommen, wie es ja ganz oft so ist, in Form von Lebenskrisen, bis ich verstanden habe, nein, stopp, du hast eine Aufgabe und jetzt wird es Zeit, dieses Wissen jetzt zu den Menschen zu bringen. Und ich bringe eine Gabe mit, ich kann in Seelenfeldern von Menschen lesen, in Seelenfeldern, auch in kosmischen Feldern, kann das sehr zielgerichtet benennen, um was geht es da, muss natürlich erst mal fragen, ob ich gucken darf. Ohne Erlaubnis geht gar nichts, punkt freier Wille. Das ist genau, sehr richtig, ja. Und kann das sehr komplex drin lesen, ist das ein systemisches Thema, was den Mensch da gerade bewegt, hat die Seele das mitgebracht in das Leben, um was geht es da, was ist die Ursache von einer Krankheit, von Symptomen, sind ganz unterschiedliche Dinge, sind es Schockebenen, sind es magische Verstrickungen und kann da also wie ein Profilbild machen, deswegen nenne ich es Seelenfeld-Profiling, weil ich von dieser mehrdimensionalen Seele ein Profilbild mache und da dann sehr zielgerichtet drin arbeiten kann und sehr zielgerichtet in einem Termin vieles in kurzer Zeit lösen kann. Ich fasse einmal zusammen, du hast irgendwann nach deiner Schule eine Ausbildung gemacht in irgendeiner Richtung wie jeder andere auch und hast irgendeinen Beruf gelernt wie jeder andere auch, meistens das, was die Eltern so wollen und hast dann irgendwann festgestellt, dass du etwas wegdrückst. Gleich ein kurzer Hinweis an unsere Zuschauer. Das ist eines der interessantesten Aussagen, die hier auf dem Platz schon ich hundertmal gehört habe. Menschen leben natürlich in der Dreidimensionalität, die so ist, wie wir sie kennen, mit Schule und Elternhaus und Ausbildung und Tageszeitung und Fernsehen, was da alles dazu gehört. Und sie merken, dass in ihnen was ist, was so in der Allgemeinheit nicht vorhanden ist oder manche sogar sagen, hör auf mit dem Blödsinn. Und dann drücken sie das weg, weil sie wollen ja nicht als Freak oder als Spinner dastehen und tun ihre Fähigkeit, versuchen wegzuschieben. Nur eins sei ihnen allen gesagt, das musste auch ich lernen, das wird nicht akzeptiert. Du bist damit hierher gegangen, um das zu tun und nicht plötzlich, weil draußen grün, gelb oder rot ist, kannst du denken, ja, das lassen jetzt mal sein und jetzt tue ich doch Bankdirektor werden oder Informatiker oder sonst irgendwas und kümmere mich darum. Das wird nicht akzeptiert, denn du hast da oben einen Vertrag eingegangen. Und das vergessen immer viele, die meinen, wenn sie hier rausgeschlupft sind, so hier fängt alles an, hier kann ich Tralala machen. Nee, nee, nee. Wir sehen ja die, wo Tralala machen, wo sie dann immer enden. Du hast also deine Berufung irgendwann gesehen, dass das das ist, was eigentlich deine Lebensaufgabe ist. Definitiv. Ich habe lange in der renommierten Unternehmensberatung gearbeitet und kenne diese zwei Welten und habe mich auch in diesen zwei Welten bewegt und habe aber verstanden diese Feinstofflichkeit. Wir dürfen das nicht abspalten und auch diesen Zugang wieder dazu zu finden, dazu Ja zu sagen zu dieser Gabe, das braucht Mut, das braucht auch ein Hinstehen, das braucht auch selber reflektieren auf die eigenen Traumata, das auf die eigenen Themen und dann aber sagen, ja, es gibt einen viel größeren Auftrag. Und liebe Zuschauer, jede Seele wird hier gebraucht und jede Seele hat einen Seelenauftrag. Ganz toll gesagt. Das kann ich gerne nochmal wiederholen. Auf jede kommt es an. Immer wieder gibt es Menschen, die sagen, ach ja, aber mich wird es da nicht brauchen. Du bist genau so eine Seele wie jeder andere, der hierher gekommen ist. Jeden braucht es. Genau das war es. Dankeschön für die Aussage. Wann hast du denn angefangen mit Menschen zu arbeiten in dem Bereich? Unternehmensberatung, da sprechen wir die gleiche Sprache. Ich komme aus dem ähnlichen Bereich. Ist die sehr dreidimensionale Geschichte? Um was geht es dort? Um Marketing, um Werbung, um Profit, um mehr Gewinne zu machen, um alle diese Dinge, mit denen ist man verhaftet und plötzlich merkt man, dass diese Dinge kalt sind. Ich habe immer gesagt, hört, ich hatte immer das Gefühl, ich arbeite in was Unwirklichem. Obwohl das eigentlich das ist, wo alle gesagt haben, das ist die Realität, da wo es um Geld geht und wo das, das da, 3D da draußen. Aber es war nicht so. Es war wie wenn ich Schachspiel spiele, irgendwie. War bei dir wahrscheinlich ähnlich, dass irgendeine innere Stimme gesagt hat, so Schluss mit dem Kasperl-Theater. Jetzt machen wir uns vernünftiges. Also ich bin wirklich bei dir, lieber Norbert. Es sind ZDF-Zahlen, Daten, Fakten und ich hatte da wirklich einen Weckruf, weil ein sehr guter Freund von mir gestorben ist und ich war auf der Beerdigung und bin dann mittags an meine Planstelle gegangen. Und dann ist mir bewusst geworden, Mensch, diese Menschen, die haben nicht mal Zeit zum Sterben. Und wenn, dann müssen sie ihren eigenen Tod drei Tage vorher anmelden, weil sie so wichtig sind. Also sie gehen an dem Leben vorbei. Also was macht das Leben wirklich aus? Sich zu spüren. Sie hechten Dingen hinterher, die sehr viel aus dem Ego entspringen. Anstatt im Kontakt zu sein mit ihrem Herz, mit ihrer Seele. Sie definieren sich über gewisse Statussymbole. Sie füllen damit ihre Nichtwertigkeit auf. Anstatt wieder im Kontakt zu sein. Jeder Mensch, jede Seele ist enorm wertvoll, um da wieder in diese Frequenz zu kommen, auch wieder in die Anbindung, an die Quelle, an den Schöpfer. Jetzt sag ich was ganz Wichtiges. Haben viele Menschen verloren oder spüren sie nicht mehr. Und muss ich auch sagen, habe ich auch, als ich zum ersten Mal mit den ganzen Themen in Kontakt kam, auch erst mal eine Mühe gehabt. A, das anzunehmen und B, zu sehen, dass er uns die Verantwortung überträgt, sobald wir hier erscheinen, selbst schöpferisch zu handeln. Ich sage immer, wir sind seelisch-göttliche Schöpferwesen. Wir kommen nicht hierher als Doppel, sage ich immer. Nein, ihr seid fertig. Ihr habt alle Fähigkeiten, die ihr hier braucht. Ihr habt alle Voraussetzungen, die ihr braucht, um euer Leben hier zu gestalten. Und werdet nur durchs Außen abgelenkt und davon abgehalten. Und was hat die Brigitte eben gesagt? Was kann sie? Setzen wir gerade da nochmal an. Wenn ich jetzt zu dir komme, als ein Mensch, der mitten aus dieser Welt kommt, der auch nicht, sage ich mal, in desolaten Verhältnissen lebt. Nein, der ein ganz erfolgreicher Manager ist in irgendeinem Unternehmen oder Managerin, ganz klar, und kommt zu dir. Was habe ich nicht erkannt? Ich habe noch nicht den Zugang zu meinem inneren Ich. Ich weiß es ja, wo ich 30 war draußen, die Welt hat mir gehört. Wenn du viel weißt, schnell im Kopf bist und auch noch ein bisschen smart, sage ich immer, dann kommst du in der Welt. Super klar. Und jeder freut sich, wenn du kommst und so, weil du ihm immer Neues bringst. Wenn die Menschen zu dir kommen, haben sie ja ganz klar ein Defizit. Das heißt, sie haben die andere Tür noch nicht aufgemacht. Und dann hast du vorhin einen Brief gesagt, du hast die Gabe ... In Seelenfeldern zu lesen. Seelenfelder zu lesen. Beschreib das noch mal ein bisschen. Also was ist ein Seelenfeld? Wir bestehen aus Geist, wir bestehen aus Seele und aus einem Körper. Also ich nenne das immer, wir sind multidimensionale Wesen, die mehrere Körper verwalten. Also einen emotionalen Körper, einen physischen Körper, einen Mentalkörper, aber auch diesen seelischen Körper. Und in der Regel kommen die Menschen natürlich mit Themen, das können Partnerschaftsthemen sein, das können Themen im Job sein, viele Burnout-Kandidaten. Ganz oft sind es natürlich Schicksalsschläge wie Todesfälle, wo die Menschen einfach ganz gut in ihrem Leben stehen, aber an irgendeinem Punkt nicht weiterkommen, wo sich Situationen wiederholen, wo sich quasi wie so ein Schicksalsweg entrollt. Also sie kommen eigentlich immer zu spät, wenn man es genau hinschaut. Da vielleicht auch an die Zuschauer richten noch mal diese Aussage, kommt nicht immer erst, wenn das Kind schon im Brunnen liegt. Die Axt am Baum. Ja, ich sage immer, kommt doch ein bisschen vorher, dann können wir das alles viel einfacher lösen, wie wenn ich immer erst das Kind aus dem Brunnen wieder rausholen muss, sage ich. Und das merke ich auch. Die Menschen warten immer, bis es zu ihrer Verzweiflung fast kommt. Und da müssen wir auch eine Änderung hervorrufen. Und jetzt möchte ich noch den Bezug auf deine Bücher nehmen. Erkläre den Menschen mal, was dich bewogen hat, zwei so wundervolle Bücher zu schreiben und wie diese Informationen zu dir kamen. Also ich habe schon sehr lange einen Bezug zu Atlantis. Mich hat es wahnsinnig fasziniert. Und es ist ja eher so im Bereich der Mystik. Es kann stattgefunden haben oder auch nicht. Und irgendwann kam die Idee, ein Buch zu schreiben. Und ich wollte ein völlig anderes Buch schreiben. Und die geistige Welt, meine geistige Führung hat aber gesagt, wir brauchen genau das Buch. Fang mit Atlantis 2.0 an. Und da habe ich dann tatsächlich erstmal so ein bisschen tief durchatmen müssen. Und dann ist mir gezeigt worden, dass ich einen sehr starken Bezug habe, dass meine Seele möglicherweise eine Atlantische Priesterin war, die ein Versprechen gegeben hat zu einer Zeit, die wieder dafür reif ist, den Menschen dieses Wissen zu bringen. Und diese Bücher, die sind sehr intuitiv geschrieben, die sind sehr aus dem Herz geschrieben. Das sind sehr viele Anleitungen, sehr viele Transformationsanleitungen, weil wir sehr viel mehr sind als dieser Körper. Und ich nehme Bezug darauf, ganz besonders auf die 12 Strang DNA, die wir ursprünglich mal hatten, wo uns zwei Stränge erhalten geblieben sind, das Überleben und die Fortpflanzung und das Bewusstsein aber abgeschnitten wurde. Und nicht nur das, diese 12 Strang DNA, die abgeschalten sind, die Wissenschaft, die benennen das als Junk-DNA. Ja, die Wissenschaft. Aber wir werden doch nicht glauben, dass der liebe Gott in uns etwas implementiert hat, was keinen Nutzen hätte, was eine Junk-DNA wäre. Und dass wir da wieder Zugang dazu bekommen und nicht nur das, es wurden nicht nur die DNA-Stränge abgeschalten, die wurden teilweise rausgenommen, es wurde Fremd-DNA eingesetzt, sie wurde fragmentiert. Dass es umso schwieriger ist, wieder in dieses Bewusstsein zu kommen, wer sind wir denn in Wirklichkeit, dass wir göttliche Schöpferwesen sind. Und ich erzähle dort viel, wie es in Atlantis gewesen sein könnte, welche Fähigkeiten diese Menschen hatten, wie mit Kristalltechnologie umgegangen ist. Wie Atlantische Menschen waren ja sehr groß, die waren ja über zwei Meter groß und es waren eigentlich nicht so physische Menschen, sondern mehr ein Bewusstsein, die sich materialisiert haben. Und die meisten sind gekommen von den Bleiarden, die auf der Erde hier diese Hochkultur errichten wollten. Ganz spannender Zusammenhang. Habe ich schon sehr ähnlich von vielen Seiten gehört, wie das Ganze sich aufgebaut hat hier und wie wir uns entwickelt haben, bis zum großen Knackpunkt. Als wie gesagt unlichte, hochintelligente Wesen die Erde übernommen haben. Und da ist da für uns die Herausforderung, ich sage, auf keinem Leben, auch in meinem nicht, ging es nur so. Ich sage, das ist nicht Leben. Das wäre Schlafenland, sage ich mal. Da kann man sich das vorstellen. Es ist immer alles toll voran. Die gebratenen Tauben fliegen dir in den Mund. Brauchst gar nichts mehr kochen oder so. Brauchst bloß noch kauen. Vielleicht können wir auch schon vorkauen lassen. Mal sehen. Darum geht es nicht. Wir kommen hierher, und ich sage das immer so, um unser Abenteuer lebend zu bestehen. Dieser Planet der Dreidimensionalität gibt uns einen Spielplatz und ein Spielfeld, was unendlich toll ist und was jeder gestalten kann. Und wenn wir jetzt mal diese ganzen Gier, Neid und die Geschichten, die uns eingepflanzt wurden, weglassen. Und wieder in das Thema Liebe, Harmonie, Zusammenarbeit, Toleranz, Achtsamkeit. Wenn die Dinge wieder alle plötzlich für uns Handlungsgrundlage werden. Plötzlich ist die Welt anders. Von jetzt auf nachher. Nur solange wir meinen, wir müssen uns ausgrenzen, abgrenzen, ich bin besser, der ist schlechter, ich habe mehr Geld, der hat weniger Geld, ich habe ein größeres Auto, der hat ein kleineres Auto. Werden wir in dieser Zwickmühle ewig drin bleiben. Und glaubt nicht, dass einer da gewinnen kann. Die zerreibt euch. Bis er am Schluss, wie sage ich immer, und am Schluss von dem ganzen Weg liegt dann noch zwei Jahre Pflegeheim, bis dann dein Körper ganz runterrandaliert ist und dann darfst du gehen. Und das ist aber nicht unsere Aufgabe. Oder sehe ich das falsch? Also mein Lieblingsspruch ist immer Bewusstsein ist die Währung unserer Zeit. Und wir dürfen uns wieder daran erinnern an dieses Avatar-Bewusstsein. Das habe ich ganz besonders in dem ersten Buch geschrieben. Wir sind alle diese Avatare. Und daran dürfen wir uns wieder erinnern. Wir denken immer Avatare, Jesus Christus, Krishna. Aber wir haben alle dieses Bewusstsein in uns. Wir sind Schöpfergötter. Und können auch alles, was wir uns geschaffen haben, wieder umschreiben. Und daran uns wieder zu erinnern, dass wir unsere eigene Realität kreieren können. Ist wunderbar. Du sprichst so toll. Du sprichst mir aus dem Herzen. Genau so ist es. Zwischendurch gefragt. Wie können die Menschen, die das jetzt hören, weil du hast ja auch so eine Lotsenfunktion, in der ganzen Wirrwarr dieser Zeit, die Menschen durch zu jonglieren. Die wollen. Lotsen. Ist ja nicht einer, du musst, kannst mir folgen. Das ist ein sicherer Weg. Kannst du auch anderen gehen, läuft vielleicht auch eine Klippe. Wird man sehen. Wie können die Menschen zu dir kommen? Und wenn du mit ihnen deine Beratungen oder Readings machst, wie geht es ab? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, es braucht erstmal eine Bereitschaft. Eine Bereitschaft, über den Tellerrand hinauszuschauen, mir wieder in der Tiefe zu begegnen und diesem Seeleninhalt zu begegnen. Und wenn die Seele spricht, die spricht immer sehr wohlwollend. Und zeigt aber ganz oft mehrdimensional, wo steht die Person? Was ist denn die eigentliche Aufgabe? Was gilt es denn jetzt zu lösen? Wo gilt es sich denn hineinzuentwickeln? Und das ist meistens immer sehr, sehr tiefgreifend, wenn die Seele sprechen kann. Und da passiert immer sehr viel in kurzer Zeit, weil ich bin lediglich die Übersetzerin von dem Seeleninhalt. Ich spreche es stellvertretend aus. Da verändert sich die Frequenz von meiner Stimme. Und meistens die Menschen sagen, ja, das ist so. Ich hätte es in Worte nicht fassen können. Und Menschen, die weiter weg herkommen, da kann man das über Zoom machen. Das muss nicht bei mir in der Praxis stattfinden. Es dauert in der Regel eine Stunde, eineinhalb Stunden. Ich frage natürlich erst, ob ich gucken darf. Das teste ich ganz profan aus mit einem Tensor, kinesiologisch. Und dann gibt es einen Eröffnungsspruch, der immer heißt, Liebes Unterbewusstsein, liebes Seelenfeld, ich gebe dir die Ehre. Bitte zeig mir, wie in welcher Form wir das Thema heute hier jetzt bearbeiten dürfen. Und ich verspreche dir, dass es hier ein sicherer Ort ist, ein sicherer Raum. Und wenn du mir einen Stopp gibst, werde ich das respektieren und akzeptieren. Wow, das ist sehr schön. Auch da ein Punkt, dieses Nicht-Übergriffig-Sein ist ganz wichtig. Oftmals habe ich Menschen erlebt, die Fähigkeiten haben, die meinen, sie könnten über alles hinweggehen und vergessen dabei das erste göttliche Prinzip, das da lautet, der freie Wille des Menschen ist unantastbar. Das ist das erste göttliche Prinzip, haben wir alle vergessen, haben dann irgendwas anderes drüber geschmiert, das ist es aber trotzdem. Das heißt, jeder begegnet sich auf Augenhöhe. Und wenn du in mein Feld hineingehen möchtest, dann frägt man. Genauso, wenn ich in deine Wohnung hineingehen möchte, gehe ich ja auch nicht einfach rein, sondern klopfe ich und frage ich, ob ich reinkommen darf. Und dort ist es das Gleiche. Oder wenn man einen anderen anfasst, frägt man ja auch vorher, langt man nicht einfach an. Das sind die Dinge, die aber herzbasiert sind. Und immer wenn aus dem Herzen agiert wird, sage ich, ist das der ganz normale Weg, denn wir sind respektvoll. Und wir nehmen auch achtsam den anderen an. Und das ist das, was du sehr oft tust. Ich habe ja auch schon mit Menschen dürfen sprechen, die bei dir waren und die dann gesagt haben, wie sie sich angenommen fühlen. Und vor allen Dingen braucht es auch ein gewisses Vertrauen, wenn man Dinge, die einem auf der der Seele liegen, mit jemandem austauschen will, von dem man Hilfe erwartet oder einen Hinweis, wie ich weitergehen kann. Da sind wir gleich bei der nächsten Frage. Wenn du mit einem Menschen gesprochen hast, über eine Stunde oder vielleicht sogar über mehrere Readings, was ist denn für ihn immer dann das Ergebnis? Hat er dann eine Lösung oder werden ihm nur Wege gezeigt und er muss entscheiden, welchen er geht? Manchmal sowohl als auch. Manchmal zeigt sich in einem Seelenfeld Reading schon eine klare Lösung, wo wirklich Erkenntnisprozesse kommen, aber natürlich ganz stark dieser Aspekt Selbstverantwortung. Ich kann bei niemandem ein Thema löschen oder wegmachen. Jeder ist natürlich in seiner Selbstverantwortung und deswegen braucht es auch immer, wie du das gerade eben so schön gesagt hast, diese hohe Achtsamkeit, niemals eine Übergriffigkeit, immer das Achten des freien Willens. Das Feld zeigt mir so weit, wie ich jetzt im Moment lesen darf. Und Stopp ist immer Stopp. Und das sage ich dem Feld, ich werde nichts gegen deinen Willen tun. Wenn du mir einen Stopp gibst, dann ist Stopp auch Stopp. Und dann ist es der Inhalt von der Sitzung. Aber mein persönlicher Anspruch an mich ist, jeder Mensch, der zu mir kommt, sei es über Zoom oder physisch, geht hinterher größer da wieder raus, als er reingegangen ist. Weil ich möchte die Menschen an ihre Größe erinnern, dass sie so unglaublich kostbar sind und wertvoll und dass ihr Leben kein Zufallsprinzip ist, dass sie zu dieser Zeit jetzt gebraucht werden. Jede Seele wird gebraucht. Dass wir aufstehen dürfen, raus aus dieser Angstmatrix, in die eigene Größe. Und du glaubst nicht, lieber Norbert, wie viele Menschen Angst haben vor dieser eigenen Größe, vor dieser Schöpferkraft, vor diesem Sichtbarwerden. Aber wenn ganz viele Menschen das tun, es gibt einen Abdruck im morphogenetischen Feld und dadurch können auch andere Menschen wieder darauf zugreifen. Wir sind eine Menschheitsfamilie und die Erde ist unsere Aufgabe. Das habe ich auch schon sehr oft von vielen Menschen gehört, die diese Verbindung haben. Da gibt es ja auch dieses Wort, der Mensch ist hierher gekommen als Hüter der Erde. Aber wenn wir so zum Fenster rausschauen, was da draußen passiert, behütet wird er nicht viel. Da wird er kaputt gemacht. Und da geht es wieder hin, uns zu verstehen, diese Liebe wieder zu empfinden. Und da sage ich immer, müssen wir Trennungen überwinden. Ein Wesen des Unlichtes, sage ich, ist es immer zu trennen. Wenn wir alle die gleiche Sprache sprechen würden, gäbe es da ein Problem auf der Welt? Nein, jeder könnte miteinander die Informationen austauschen, jeder würde sich verstehen. Wenn wir alle zum Beispiel den gleichen Glauben hätten, gäbe es da ein Problem? Nö, wir glauben alle an eine göttliche Ebene und sind mit der verbunden. So hat man immer zwischen uns Dinge geschoben. Ja, die eine sind Muslime und die andere sind Christen. Die mögen die nicht und die mögen die nicht. Und die haben sogar einen heiligen Krieg erfunden. Und lauter solche Dinge. Jetzt setzt euch doch da mal drüber. Ich sage, Leute, ich bin auch in der Welt aufgewachsen, aber ich akzeptiere das alles nicht. Für mich ist jeder Mensch gleich. Und sage ich, die Dinge wie Glauben oder wie der sich ernährt oder wie der sich kleidet. Das hat mit mir nichts zu tun. Da muss ich auch überhaupt nicht drüber nachdenken. Wieso denn? Wenn das mein Nachbar ist und wir treffen uns am Gartenzahn, unterhalten uns, wie schön es heute ist und wie toll die Blumen wachsen und so. Warum muss ich jetzt mir ein Urteil drüber bilden, über dem seine Religion, seine Ernährungsgewohnheiten, seine Weltanschauungen. Die haben mit mir nichts zu tun. Sag ich, wieso macht ihr das immer? Wieso meint ihr immer, dass der Gegenüber nur dann für euch ein Sympathieträger ist, wenn er die gleiche Meinung hat wie ihr? Das verstehe ich nicht. Ja, es geht darum, auch natürlich diese eigenen Schmerzen und Themen zu erkennen, auszusteigen aus dieser Wiederholung von Schmerz. Und das eine sind ja übertragene Themen aus dem Familiensystem, über die Epigenese, Traumata, aber auch, was die Seele mitgebracht hat in dieses Leben. Und da kann es auch manchmal sein, sich von alten Gelöbnissen zu lösen. Gelöbnisse, die man vielleicht mal einer Institution Kirche gegeben hat. Also gerade in meinen Büchern schreibe ich besonders, die heute Heiler und Heilerinnen sind, die haben ganz, ganz oft noch so Abdrücke aus Atlantis. Ich werde nie wieder Heiler sein. Ich werde das nie wieder tun. Die haben so eine Schockenergie in ihrem zeitlosen Feld und genau darum geht es, das aufzulösen. Da sind viele Invokationen und Anleitungen in den Büchern, dass wir uns genau davon auch lösen. Aha! Das heißt, auch dort siehst du genau, dass Menschen, die eigentlich ein liebevolles Leben leben wollen, oft behindert sind durch einen Rucksack, den sie unsichtbar mit sich rumtragen, aber gar nicht wissen, dass es der Rucksack ist, der sie belastet. Das habe ich auch schon von spirituellen Menschen oft gehört. Wir müssen erstmal in uns aufräumen, bevor wir anfangen an Herausforderungen zu gehen, weil genau die Dinge bremsen uns. Deswegen gibt es solche Menschen wie dich, die spezielle Fähigkeiten haben, auch bei anderen Lücken im System festzustellen und ihnen Hilfestellung zu geben, um dieses zu überwinden, dass sie frei im Leben agieren können. Ich sage immer, ich wünsche jedem Menschen, dass er so leben kann, wie ich gelebt habe. Ich war nie irgendwo eingeschränkt, weil ich lasse mich nicht einschränken und ich habe immer die richtigen Wege gefunden, dass ich mit einem Lächeln abends ins Bett gehen konnte. Und ich glaube, da haben wir beide das gleiche Ziel, dass die Menschen mit einem Lächeln ins Bett gehen können. Definitiv und dass wir uns daran erinnern, wir sind schöpferische Wesen, wir sind freie Wesen, wir sind souveräne Wesen. Wir dürfen wieder in diese Freiheit gehen, diese Begrenzung ist in unserem System. Wir müssen aus dem System raus, das System darf aus uns raus, dass wir uns erinnern, wer wir sind. Und es geht über die Herzqualität. Ich habe im zweiten Buch viel darüber geschrieben, über das Torusfeld des Herzens, dieses starke Magnetfeld, sich zu verbinden, über das dritte Auge. Es gibt eine Lichtleitung, die Antakarana und über diese Antakarana in das höhere Bewusstsein, in das zwölfte Chakra, in das dreizehnte Chakra, hinauf zur Quelle und sich darüber auch wieder verbinden und erinnern, wer wir in Wirklichkeit sind. Ein perfektes Schlusswort. Erinnern daran, wer wir eigentlich sind. Und das ist deine wichtigste Aufgabe, das mit den Menschen zu machen. Du hast es vom Ursprung her bereits aufbereitet und durchlebt und hast heute genau diese Möglichkeit. Ich danke dir, dass du da warst, dass wir deine Informationen in die Öffentlichkeit bringen können. Mir ist es immer wichtig, den vielen Zuschauern Menschen zu zeigen, die ihnen helfen können und die auch schon da sind. Wir müssen nicht mehr warten. Jetzt ist es soweit und jetzt können wir einen neuen Weg gehen. Vielen lieben Dank, Brigitte, für deinen Besuch. Alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank, Norbert, für das wunderbare Gespräch. Es war mir ein Vergnügen. Meine Lieben, wieder mal sind wir an einem Punkt, wo ich sagen kann, wir sind nicht alleine. Und wir brauchen auch nicht mit unseren Sorgen ins Kämmerle gehen oder zu irgendwelchen ominösen Dingen und Institutionen hin, die uns immer wieder verpflichten und uns klein machen und uns zu Sündern machen. Das sind wir alles nicht. Nein, wir sind liebende, lebende, göttliche Schöpferwesen, die vielleicht etwas desorientiert sind, weil wir nie erklärt bekommen haben, wer und was wir eigentlich sind und welche Fähigkeiten und Möglichkeiten uns zur Verfügung stehen. Aber jetzt ist es soweit. Und dank der Brigitte und vieler anderer können wir diesen Weg jetzt gehen. Ich danke Ihnen, dass Sie wieder bei uns waren. Bis zum nächsten Mal bei time2do.ch.